Die 107.6 RTL Agate-Bauer-Songs Und dann will man das Carsten. Guten Morgen, Lars. Hallo, Carsten. Hallo. Carsten, du hast eine Agate-Bauer-Songs gefunden. Welchen denn? Ich habe den Song, der bei mir von Jim Smith gefunden. Klingt so. Schön schnulzig und dann kriegst du eine deutsche Städte. Ja, ab 024 verstehe ich immer, die Alona ist da los. Die Alona ist da los. Hören wir uns mal. Wir wissen es nicht, aber sie ist los. Die Alona ist los. Smidlich. Dann, Carsten, kommt ins Agate-Bauer-Archiv. Yes, mach gut. Ja, ganz schön und als Liebe. Ja, dir auch. Wenn du auch einer Gartenbauers und findest, dann mail uns doch bitte an monq.104.6.atl.com.